Die ich hier nicht erwähnen möchte, wird es in den nächsten, ich weiß nicht, viel, viele Wochen keine neuen Videos von mir geben, da ich im Moment leider nicht in der Lage dazu bin, neue Videos zu machen, trotzdem danke ich euch für eure Treue und dass ihr mir zugeschaut habt und ich werde mich, sobald ich wieder kann, neue Videos machen und mich bei euch zurückmelden. Wie gesagt, ich weiß nicht wie lange es dauern wird, aber ich kann im Moment leider nicht anders als eine Pause einlegen. Wie gesagt, ich werde mich bei gegebener Zeit bei euch zurückmelden mit neuen Videos. Ich danke euch und bitte um euer Verständnis. Euer Masus Wirt